Richtiger... Hä, habe ich mich gerade selbst mit der Angel getroffen? GG, Alter, das haben auch noch nicht viele geschafft, glaube ich. Hallöche meine Pros und Prodeens und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Tjaplik. Heute mal ohne Facecam, weil ganz ehrlich, es ist heiß, ich schwitze, ich bin halbnackt und das möchte ich euch nicht antun. Ja, gut, soviel dazu. Es geht erst gleich los und ich bin sehr gespannt, wie wir uns diesmal schlagen können. Ich vermute ja mal wieder, wie immer, schlecht, aber gut, ist halt wie es ist, schlecht auch gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber ist okay. So, wir sollten uns jetzt ranhalten, wir sind nämlich schon einmal runtergefallen und andere nicht, das ist ein Problem. Deswegen sollten wir zwingend jetzt hier ein bisschen den Turbo einlegen, das wäre super. Oh, ein Schwertikus, das ist supi. Ich entkleide mich erstmal wieder ein bisschen, zack, zack, zack. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Es ist immer noch Jump League. Es gibt ein paar neue Module, die wir sicherlich noch nicht gesehen haben. So insgesamt, aber aktuell haben wir keins davon. Ist ein bisschen schade, aber passt schon. So, das lässt sich immer sehr, sehr schwer einschätzen, wo man hier abspringen muss mit diesem komischen Wobble-Effekt. Aber mit dem Wobble-Effekt kann man wenigstens noch jumpen. Mit dem Blindness-Effekt hat man ja leider auch, dass man nicht mehr sprinten kann. Ist immer ein bisschen doof entsprechend. So, sind wir auch hier und dann gehen wir auf die Kiste und naja, ein bisschen Hose und einen Helm haben wir auch. Das ist natürlich ganz nice. So, das Fleisch brauchen wir glaube ich nicht. Oh nein, da bin ich einfach runtergeblumst. Ich lappen. Und nochmal, ich lappen. So, okay. Das sollten wir jetzt aber packen. Komm schon. Wir schaffen das. Eben bin ich einfach ein bisschen zu euphorisch rangegangen an die Geschichte. Deswegen, ja. So, in dem Modul dürfte es immer noch keine Truhe geben, soweit ich das weiß. Das ist nach wie vor ein bisschen doof. Aber okay. So, machen wir uns hier hoch und hier rüber und hier rüber. Wow, das war knapp. Aber dann laufe ich gleich nochmal straight runter. Das ist natürlich immer ganz geil. So, mit dem Modul habe ich Everytime Probleme. Keine Ahnung warum. Weil so schwer ist es nämlich eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem immer ein Problemchen damit. Ist schon einer wieder durch fast? Ne, noch nicht. Diesmal nicht. Und ja, genau das ist der Sprung, der mir immer Probleme macht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Und nochmal. Natürlich. Und nochmal runter. Natürlich. So, das lassen wir da mal droppen. Ey, jetzt sag mal. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn los? Hörste. So schwer ist der Sprung nicht. Wisst ihr? Und das hier ist auch immer so eine Sache. Da muss man nämlich bloß nicht gegen die Kante springen. Das kommt immer nicht so schön. So, jetzt habe ich es. Aber es war noch lange nicht alles. Hier muss ich noch rüber und da muss man hier rüber irgendwie. Warte. Hoppala. Und da noch. Und dann muss man hier so hoch. Das ist echt eklig. So. Und dann... Wow, hier rüber. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich dachte schon, ich falle einfach. Muss ich doch da rüber, nicht wahr? Das Modul ist auch echt lang. Das ist echt lang. Wusste ich gar nicht mehr, dass das so lang ist. So, das Modul ist am Anfang immer ein bisschen schwarz. Man denkt, das sind Meterzäune. Sind das aber nicht. Okay, da bin ich direkt erst mal schon... Naja. Er hat es ja gesehen. So. So und Zoicus. Gut. Soweit, so gut. Fliezer ist vor mir. Was auch immer das für ein merkwürdiger Name ist, aber okay. Ist das ein legit Name? Also kann man sein Kind so nennen? Fliezer? Klingt ja schon irgendwie ganz nahe ist eigentlich. Fliezer. Gold, Gold. Einen Hanisch. Einen Hanisch hat man noch gar nicht. Sehr schön. Dann haben wir den eben jetzt. So Federn werde ich wahrscheinlich im Leben nicht mehr brauchen. So. Mach mal einmal das so und so. Und so und so. Und so. Okay. Unlucky, natürlich. Immer unlucky sein. Kommt immer gut. Aber wieder nur... Guter alter Wobble-Effekt. Der geht halt wie gesagt immer noch. Und auf die Kiste rauf. TNT ist ganz nice. Federn habe ich eben gerade noch weggeschmissen. Jetzt nehme ich sie wieder mit. Ich lappen. So. Das kommt mal da hin. Das da hin. Das weg. Das weg. Das weg. So. Wir haben noch gar keinen Bogen, ne? Hilfe! Euiuiui. Ja. Wir schaffen das noch. Komm schon. Wir schaffen das noch. Hier rüber. Hier ran. Und auf die Kiste. Und von der Kiste an die Leiter. Hier läuft. Jetzt kommt ein recht weiter Leitersprung. Hat sich geräumt, yo. Das ist... Das ist ein ekliger Effekt, weil jetzt kann man nicht mehr sprinten. Das ist ein bisschen waxig. Aber ist okay. Komm, geh vorbei, man. So. Und weg. Nice. So. Jetzt kann man doch bestimmt... Oh, nice. Ja, doch. Eisen ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. So. Okay. Und weiter. Höße! Das ist immer ein bisschen... Der Part gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Er gefällt mir nicht so. Aber ist okay. Muss ich durch. Auch wenn er mir nicht gefällt. Gibt halt echt Parts, die mag ich ganz gern. Auch so von den schwereren. Aber das ist zum Beispiel einer, der mir gar nicht gefällt hier. So. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ist ja kein Problem. Eigentlich schon, weil das echt mit den Leitern hier... ...habe ich immer so ein bisschen meine... Problems. Oh nein! Och Gott, wie dumm. Er stört aber auch heute wieder sehr langsam. Ich glaube, der Server laggt mal wieder wie es... Wie es Vieh einfach. Es laggt wieder wie es Vieh. Ja, ja. Wie Flo immer. Der laggt auch immer. Das macht er ganz gut. So. Machen wir das halt eben. Mit einem guten alten Sneaktrick in der Luft. Läuft. So. Dann geht es hier weiter. Oh, 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 oh. Nicht zu weit gehen. Geh nicht zu weit, Junge! Okay. Das haben wir schon mal. Liebst mal bitte alle, wenn ich gewinne. Ja, natürlich machen wir das. Geht gleich los. Gleich lief ich. Ragequid. Okay. Jetzt muss ich aber hier... Hier muss man nämlich relativ weit... Oh, okay. Was ist das denn für ein komischer Part? Kenne ich den? Ich glaube, den kenne ich sogar. Wow. Den kenne ich sogar, Mann. Wow! Ja, den kenne ich tatsächlich. Und es gefällt mir nicht, dass ich den kenne. Diesmal bin ich lucky. Mit Speed. Ja, nice. Jetzt, wo man es überhaupt nicht braucht. Hä? Ist diese Fliese auch gel... Ist die gelieft? Ist die dumm oder so? Die war doch richtig weit vorn. Oh Gott! Oh Gott! Da habe ich nicht gesprintelt einfach. Und das war dumm. Aber der Dodo ist auch noch am Stissel. Der ist mir auch ziemlich auf dem Fersen, muss ich sagen. Der Dodo. Ja, und Promdor ist auch am Start. Oh Mann. Promdor auch noch. Ich weiß nicht. Aber Promdor ist, glaube ich, schon ein harter Gegner. So, einmal. Und dies. Und jetzt kommt hier ein ziemlicher Fuck-Sprung. Okay. Und da kommen wir noch nicht dran. Dummerweise. Aber... Oh, Alter. Hier. Iron, Iron. Aber wenn ich noch eine Workbench kriege, ne? Dann ist es ein richtiger Traum. Ich bin fast voll Iron auch. Ja, geh mal weg, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse Eis. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh Gott. For real? Das ist doch kein Sprung, den man schaffen kann, Mann. Was soll der Mist? Ich brauche unbedingt noch eine Werkbank. Ich habe auch kein Holz, womit ich es mehr craften könnte. Ich glaube, das gibt es ja auch gar nicht. Dass man ein Holz findet statt eine Werkbank. Ich glaube nicht, Mann. So. Ah. Unauffällig droppen. Na, 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 na. Na, 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 na. Okay. Teamed wird hier nicht, Mann. Wir sind no team. Mein Junge. Wir sind no team. Okay. Hopp, hopp. Das war ganz gut. Jetzt wieder Eis. Ich hasse Eis. So. So, okay. Und jetzt hier. Oh, oh Gott. Oh Mann. Oh Gott. Und da bin ich noch am Checkpoint abgerutscht. Really? Na ja, gut. Wir lassen das jetzt einfach mal. Haben wir ein bisschen mehr zu essen? Ne. Aber wir haben Steak und Eisen. Das ist natürlich ganz nice, tatsächlich. Ja, das ist ziemlich nizza. So. Gucken. Gegner. Gegnaz. Da haben wir doch ein Gegnaz. Huh. 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 Du ein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, geht alle ruhig auf mich. Ist überhaupt kein Ding. Mann! Könnt ihr es jetzt mal lassen, bitte? Ich muss jetzt ganz kurz weg hier, ja? Ganz kurz. Ich möchte wenigstens mal ein bisschen raggen. Dankeschön. So, okay. Erstmal ein Brot reinfraisen. Alter Falter. Das war gerade schon ganz schön knapp. Aber ein gutes hat es, ja? Wir haben schon zwei Kills oder so. Würde ich sagen, holen wir uns den nächsten. Irgendwie war das gerade richtig merkwürdig zu spielen. Ich weiß nicht warum. Zack, zack. Geragged. Du auch noch, Mann. Komm. Gib mir deinen Optifine Cape, Mann. Gib mir es. Gib mir deinen Cape. Komm schon. Gib mir deinen Cape, Mann. Ich habe gesagt, gib mir das Cape. Du Arsch. Was ist los hier, hä? Was ist los? Gibst du auf? Äh, gib auf. Okay. Alles gut. So, ich esse jetzt mal das rohe Fleisch. Wow. Irgendwas ist hier gerade explodiert, Mann. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Komm schon. Dein Nächster. Komm schon. Komm, komm, komm. Okay, dann nehme ich den. Ne, der verfolgt gerade jemanden. Dann nehme ich doch den. Ne, der ist zu weit weg. Oh, jetzt sind alle weit weg, Mann. Oh, Mann. Komm schon. Irgendwen will ich töten. Irgendwen. Kommt. Hey. Wie ich ihn nicht erwische einfach. Was war das denn? Richtiger... Hä? Hab ich mich gerade selbst mit der Angel getroffen? GG, Alter. Das haben auch noch nicht viele geschafft, glaube ich. So, da kommt er doch wieder, oder nicht? Ne, das ist ein anderer, ne? Ah. Er steckt in der Klemme. Nice. Den habe ich. Hat er irgendwas geiles gehabt? Nicht wirklich. Aber was zu essen noch. Das nehme ich mir natürlich gern mit. So. Aber wir sind... Oh, wir sind noch zu dritt. Er gibt mir aber gut hier. Er gibt mir gut. Er gibt mir gut. Er hat mir echt gut gegeben. Eine Bergbank. Ich könnte mir jetzt noch das Eisenschwert machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich könnte es machen. So. Dankeschön. Machen wir den nächsten Gegner. Also den letzten. Ist der letzte, ne? Mit einem Leben noch. Ja, ja. Okay. In diese Richtung. Irgendwo. Da geht es nicht lang. Hier geht es lang. Da habe ich doch seinen Namen gesehen. Ich habe doch seinen Namen gesehen, Mann. Wie viel er auch aushält, ne? Krass. GG, Mann. Er hat richtig viel ausgehalten, Mann. Was war denn los? Na ja, gut. Das war's von dieser Folge Jump League. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es dir gefallen hat, dann lass doch ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann bestimmt auch wieder mit Fratze kam. Beziehungsweise könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Facecam gern habt oder eher nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Und bis dahin. Ciao.